Herr Zornbeck, es war ja leider ein sehr schwieriger Jahresbeginn diesmal. Ja, in der Tat ist der Rechtsstaat herausgefordert worden, schon in der Silvesternacht und man kann nur den Kopf über das schütteln, was da passiert ist. Und seit zehn Tagen wird ja nun über nichts anderes diskutiert als die Frage, wie kann man verhindern, dass sich sowas wiederholt. Und wir haben gesehen, dass dort Missstände sind in Köln bei diesem Einsatz in der Nacht, aber vielleicht auch sehr viel grundsätzlicher, dies deutlich zu beheben gilt. Und ich glaube, da dürfen wir auch keinen einzigen Millimeter abweichen davon, dass wir ein freies, ein offenes Land sind und ein Land, in dem sich jeder frei und sicher bewegen können muss. Und alle, die das irgendwie in Frage stellen oder uns herausfordern, denen müssen wir mit der vollen Härte begegnen. Und welche Konsequenzen werden jetzt daraus gezogen? Ja, ich glaube, einmal muss man solche Polizeieinsätze natürlich kritisch hinterfragen. Das ist das, was der Landtag in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche ja zweimal getan hat. Und das darf nicht noch einmal passieren, dass halt so wenige Polizisten einem so großen Mob gegenüberstehen. Man muss natürlich herausfinden, wie die organisierten Strukturen dahinter sind. Und das, was wir tun werden, ist ganz klar die Regelungen für Abschiebungen. Denn es scheinen ja sehr viele Fälle gewesen zu sein, wo es sich um Menschen handelt, die hier unser Gastrecht mit Füßen getreten haben. Und deshalb werden wir, und das haben unsere Minister klar gesagt, das Abschieberecht deutlich verschärfen, sodass diejenigen, die halt eben so etwas tun, viel schneller außer Landes verwiesen werden können. Wir werden weiterhin auch das Sexualstrafrecht anpassen, sodass halt solche Geschehnisse wieder passiert sind. Das heißt, ich will das jetzt auch gar nicht beschreiben im Einzelnen, aber dass das halt eben auch schon Akte von Gewaltigung sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das hier an der Stelle klarzustellen. Damit haben wir schon ein relativ großes Paket geschaffen. Darüber hinaus muss natürlich auch klar sein, dass Täter identifiziert werden. Und deshalb hat die CDU auch gerade in Düsseldorf immer auf Videoüberwachung gesetzt. Wir haben vor vielen Jahren die Videoüberwachung zum Beispiel am Volker Stern eingeführt. Damals war das linke Spektrum, die SPD, die Grünen strikt dagegen. Inzwischen ist das anerkannt. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wir müssen natürlich auch gerade im Blick auf den Karneval gucken, dass wir halt eben dort, wo es notwendig ist, auch die Videoüberwachung ausbauen, sodass man auch später eben die Täter vernünftig ermitteln kann. Und wir müssen auf der Bundesebene, und dafür hat der Bundestag in dieser Woche den Weg freigemacht, ein Gesetz schaffen, dass diejenigen, die in unser Land kommen, in einer Datenbank von allen Stellen verarbeitet werden. Das ist nicht nur notwendig, um die Fristen der Bearbeitung deutlich zu reduzieren, sondern es ist auch notwendig, damit uns Leute nicht auf der Nase rumturnen können, indem dann da offensichtlich halt Asylbewerberausweise zerrissen werden mit dem Kommentar, morgen hole ich mir einen neuen. Diese Täter müssen und werden, dafür haben wir in dieser Woche die Gesetzgebung gestartet, eben über ihren Fingerabdruck identifizierbar sein, sodass solche Fälle in Zukunft nicht mehr stattfinden können. Das war deshalb auch einer der Gründe, warum die Flüchtlingspolitik auch weiterhin die Politik derzeit beherrscht. Ganz klar. Und deshalb, glaube ich, ist auch wichtig, dass man jetzt hier nochmal bei den Themen Abschiebungen nach vorne kommt. Wir haben darüber viel geredet, auch im letzten Jahr, aber die Zahlen entsprechen überhaupt nicht dem, was notwendig ist. Wir geben jedem Gastrecht, der sich entsprechend verhält und der einen Anspruch hat nach Genfer Flüchtlingskonvention oder indem er politisch verfolgt ist. Ja, aber alle, die halt eben keinen Anspruch haben, die müssen schnellstmöglich zurückgeschickt werden. Hier fehlt es uns an Personal, an Organisation. Dafür hat der Bundestag ja im letzten Jahr die Beschlüsse gefasst und wir werden das halt sehr, sehr deutlich verkürzen, diese Fristen. Und wir haben im Übrigen auch die Möglichkeit geschaffen, Abschiebungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Und das passiert jetzt in Bayern. Das passiert leider nicht in Nordrhein-Westfalen und wenn man das vorher ankündigt, kann man sich natürlich nicht wundern, wenn die Abzuschiebenden dann untertauchen und man bei den Abschiebezahlen eben nicht dahin kommt, wo man hinkommen muss. Also hier ist deutlicher Handlungsbedarf. Über die Frage dessen, wie Menschen in unser Land reinkommen oder nicht, hat der Bundesparteitag ja noch gerade vor Weihnachten Beschluss gefasst und ich glaube, den muss man jetzt auch umsetzen. Die Bundeskanzlerin, alle Beteiligten haben gesagt, wir müssen die Flüchtlingszahlen und die zu uns Einreisenden sehr deutlich reduzieren und das muss die Maßgabe sein. Und dafür gibt es ja nun eine ganze Reihe von Maßnahmen, die getroffen werden. Wir brauchen eben diesen europäischen Grenzschutz. Wir können das nicht mehr den einzelnen Mitgliedsstaaten überlassen. Das ist das, wofür ja in Brüssel momentan auch gekämpft wird und ich glaube, das werden wir auch erreichen. Und wir müssen eben auch sehen, dass die Türkei halt eben ihre Grenzen so schließt, dass wir halt keinen unbegrenzten Zuzug mehr halt eben bekommen. Und auch hier gibt es erste Signale, die da sehr positiv sind, aber das kann man momentan noch nicht richtig einordnen. Das Ziel muss jedenfalls sein, die Anzahl derer, die zu uns reisen, sehr deutlich zu reduzieren. Das ist unsere Mission hier auch als CDU, CSU und da stehen wir auch geschlossen dahinter. Dieses ganze Theater mit irgendwelchen Unterschriften, Sammlungen, das dient meines Erachtens nach eher dem politischen Klamauk, als dass man damit in der Sache weiter nach vorne kommt. Was zählt, ist nämlich das Ergebnis und nichts anderes. Und neben diesem wirklich sehr großen und bedeutenden Thema, haben Sie aber auch noch Termine zu anderen Themen. Vielleicht können Sie uns einen Ausblick dazu geben. Der Jahresbeginn ist ja immer mit vielen Empfängen und mit Karneval bestückt und alles, was so lustig aussieht, dient aber natürlich auch dazu. Das ist für mich ja auch immer wichtig, mal zu hören von den Menschen, auch auf einer unkomplizierten Ebene, was sie denn von dem denken, was wir tun. Und deshalb war ich auch am letzten Wochenende viel unterwegs mit Jahresempfängen, Karneval, Titularfest der Schützen. Das geht jetzt auch so weiter. Ich mache heute Abend noch eine Veranstaltung bei der Mittelstandsvereinigung Neuss. Morgen haben wir den Neujahrsempfang der NRW-CDU. Und ich freue mich besonders am Montag, dass wir unseren Düsseldorfer Abend der CDU Düsseldorf dem Brauchtum widmen. Das ist, glaube ich, auch etwas sehr Wichtiges, wenn wir jetzt darüber reden, wie wir eigentlich unsere christlich-abendländischen Werte verteidigen können und vor allem Bräuche verteidigen können, glaube ich, tun wir alle gut daran, mal zu überlegen, wie wir das Brauchtum stärken können und wie das auch wieder sichtbarer wird, wie die St. Martinszüge wieder sichtbarer werden. Und deshalb haben wir drei Vertreter des Brauchtums eingeladen bei der CDU in Düsseldorf. Das ist der Herr Laumen für den Karneval, die Britta Damm für das Schützenwesen und den Wolfgang Rolzhofen für die Düsseldorfer Jonges und wollen mal mit denen diskutieren, wie es eigentlich um das Brauchtum in Düsseldorf bestellt ist und wie wir das halt eben auch wieder stärker in den Vordergrund rücken können, damit unsere Traditionen auch im Stadtbild besser sichtbar werden. Wer Interesse hat, ist am Montagabend im Cartier Bohem auf der Ratinger Straße um 19.30 Uhr. Anmeldungen gehen immer auch noch über mein Büro und ich freue mich auf eine spannende Diskussion an dem Abend. Vielen Dank.